Crossfire, ein Podcast von Claudius Rosenthal Hören ist etwas anderes als Verstehen und Sehen etwas anderes als Erkennen. Ich weiß, das klingt jetzt ein wenig wie Bullshit-Bingo unter Kommunikationsberatern. Und in der Sache sind das ja tatsächlich keine besonders gehaltvollen Aussagen. Aber so ganz falsch sind die trotzdem nicht. Denn manchmal brauche ich so eine Art drittes Auge, um den wahren Kern von etwas zu erkennen. Ich muss mit einem anderen Ohr hören, um wirklich zu verstehen, was mir in einer bestimmten Situation gesagt sein soll. Und ich muss vielleicht mit anderen Worten sprechen, wenn ich die Herzen der Menschen, die mir wichtig sind, wirklich erreichen möchte. Jesus hat den Menschen zu seiner Zeit deshalb Geschichten erzählt, Gleichnisse besser gesagt. Eine kurze Erzählung, eine bildhafte Rede also, bei der eigentlich sofort erkennbar ist, dass sie auf etwas anderes hinweist, auf eine größere Wahrheit. In der Welt, in der er lebte, war diese Art des Miteinander-Sprechens nicht ungewöhnlich. Die Menschen damals machten das gerne und viel. Die saßen beisammen und erzählten sich Shulafa, wörtlich übersetzt unglaubliche Geschichten. Interessant daran ist, dieses Wort Shulafa, das ist angelehnt an die Wörter Sharafa, Ernte und Sharif. Das ist die Jahreszeit der Ernte, der Herbst. Die Menschen zur Zeit Jesu erzählten sich also Märchen, weil in ihnen die Ernte des Lebens eines Menschen oder der ganzen Menschheit enthalten war. Süße, reife, gesunde und gut schmeckende Früchte, also verpackt in Geschichten und Erzählungen. Und weil solche Früchte einerseits jeder gerne isst, die andererseits nur selten ihre Wirkung verfehlen, stellte ein argentinischer Psychiater deshalb einmal ganz richtig fest, Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Wenn das aber tatsächlich so ist, dann sollte ich das vielleicht auch berücksichtigen, wenn ich über meinen Glauben rede. Vielleicht sollte ich, vielleicht sollten wir in unseren Kirchen, vielleicht sollten wir überhaupt viel mehr in Geschichten und Gleichnissen über unseren Glauben reden, so wie Jesus damals. Vielleicht sollten wir, wie er damals, ein wenig wegkommen von einer Sprache, die vermeintlich klar und deutlich ist, aber eigentlich doch kalt und steril bleibt, die nicht wirklich berührt und bewegt, die der Welt ihre Geheimnisse und Schönheiten nimmt, sie entzaubert und die gerade deshalb in einer durchrationalisierten, hochmodernen Welt nicht bestehen kann, weil Menschen so nicht denken wollen, zumindest die nicht, denen ich begegne. Und die wollen das nicht nur deshalb nicht, weil dabei Schönes verloren geht, sondern weil es nicht so ist. Wenn ich in meiner Kirche die Klage höre, dass die Leute nicht mehr auf den lieben Gott hören, ihn vielleicht sogar gar nicht mehr hören wollen und wenn sie damit unter Umständen sogar Recht haben, dann sollte ich mich vielleicht fragen, ob das an den Leuten liegt oder doch eher an der Sprache und der Stimme, der sich Gott bedienen möchte, ob die überhaupt verständlich ist. Ob ich also verständlich bin oder anders ausgedrückt, ob es nicht weniger ein Nicht-Sehen-Wollen-der-Anderen ist, sondern eher so, dass ich das, was ich eigentlich zeigen möchte, mit dem verdunkle, was ich sage oder wie ich es sage. Vor einigen Jahren bin ich auf eine kurze Geschichte gestoßen. Von einem Mann, der Tag für Tag die Grenze zwischen zwei Königreichen passiert, immer mit ein paar Eseln, die Stroh trugen. Weil die Soldaten an der Grenze wussten, dass dieser Mann ein bekannter Schmuggler war, durchsuchten sie jeden Tag die großen Säcke mit Stroh. Sie durchsuchten auch die Kleider des Mannes, seine Taschen, seine Schuhe, aber nie fanden sie etwas. Der Schmuggler aber wurde reicher und reicher. Als er sich dann viele Jahre später in einem fernen Land zur Ruhe setzte, begegnete er zufällig einem der Grenzsoldaten von früher. Die beiden Männer tauschten sich über alte Zeiten aus und irgendwann fragte der frühere Grenzer, den früheren Schmuggler, was er denn die ganzen Jahre über geschmuggelt habe. Man habe schließlich nie etwas bei ihm gefunden. Und die Antwort des Schmugglers? Esel. Wissen Sie, bei dieser Geschichte kann ich nun den etwas einfältigen, den, wenn man so will, kurzsichtigen Grenzsoldaten in den Blick nehmen und über ihn lachen. Übertragen auf Glaube und Kirche also. Ich kann mich über die erheben, die den lieben Gott nicht sehen, obwohl er doch direkt vor ihren Augen ist. Oder ich kann mich fragen, was ich falsch mache, wenn ich Christus nachfolge, ihn bezeugen will, aber keiner davon Kenntnis nimmt. Und um nun die Geschichte einmal in eine ganz andere Richtung zu drehen. Ich kann meinen Glauben als etwas verstehen, das ich an den Augen der Welt vorbeischmugle, kann mich freuen, etwas zu haben, was andere nicht haben, mir die Taschen meines Glaubens dank der Blindheit der anderen voll machen. Oder ich besinne mich und überlege, wie ich diese Schöne und Wunderbare teilen kann. Wie ich es für andere sichtbar und erlebbar machen kann. Ob ich also zu einem Glaubensschmuggler werde oder nicht, das hängt nämlich tatsächlich damit zusammen, wie ich lebe und spreche. Und ob ich das eine oder das andere so tue, dass ich die Menschen damit berühre.